Liebe, das Leben, das du lebst, lebe, das Leben, das du liebst. Bis gestern ging eigentlich alles, aber seit heute Nacht, oder ich bin schon um fünf aufgestanden, heute Morgen, halt irgendwie bin ich grad... Und dann hast du grad jeden Mal in mein Fahrzeug gucken gegangen kennengelernt, weil da so eine komische Schwiegung... Achso, die hat ja dann immer irgendwie noch versucht zum schlafen, sodass sie halt im Wasser fit wird. Ihr habt euren ganz eigenen Begriff erschaffen, den Begriff Boptimismus. Die Einstellung des Bob Marley geprägt vom nie aufhörenden Optimismus. Ihr habt diese Lebenseinstellung sogar in eure Eheringe gravieren lassen und soll euch euer ganzes Leben lang begleiten und euch immer wieder daran erinnern, wie wichtig es ist, optimistisch und mit voller Liebe das Leben zu betrachten. Lieber Schatz, heute stehen wir hier und feiern unseren großen Tag der Liebe. Wir haben uns gefunden zu einer Zeit, wo ich vielleicht nicht den Glauben an die große Liebe, doch die Hoffnung auf meine große Liebe verloren habe. Dann standest du da. Ich verspreche dir heute, dass ich immer für dich da bin. Dass meine Arme dir Trost schwenden, wenn du Trost brauchst. Dass meine Schulter immer für dich da ist. Wenn man fühlt, dass man einfach dem wichtigen Menschen angekommen ist, kann man sein Gefühlen frei in Lauf lassen. Ich liebe deine Lebenslust, deine chaotische Art. Ich möchte mit dir leben, lieben und lachen. Vor immer. Mein Schatz, ich liebe dich. Ich liebe dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 für Sie 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 für Sie